Oh, da stand ich von dort und hab mir belegt, hm. Das stimmt nicht. Hast du mir eingefallen? Das hatte ich jetzt beim letzten Mal auch schon. Da haben die wahrscheinlich wieder Mist gebaut. Natürlich. Ich weiß nur, an der Stelle war schon mal ein Griebwasser. Oh, HP-Trink. Hm, wir haben hier, warte mal. Ach so, das ging ja nicht. Was ist das andere Ding? Gehen wir mal dritte, nach links? Wir sollen das mal eingucken, was ist. Mach mir nur. Ich bin nicht fett. Er lässt sich nicht fett. Bis nicht fett. Oh, shit, oh shit. Oh, la la. Hopp, truth. Ha, 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 ha. ich glaube den hat es gefiel teilt der arme so jetzt dürfen wir theoretisch vielleicht vier nahrungsmittel konserven haben rein theoretisch in der praxis sieht es anders aus wie immer soll ich die dir mal geben ne die gehen wir dann alle einzeln ab da passt das schon wer wollte die nachher da oder typ oben auch bekannt unter der typ da oben liebevoll genannt das ist alles was es war das wird nicht tun wir müssen mehr finden ja mal bleiben behinderter mein inventory ist verdammt voll meins ist lustigerweise beim thema waffen noch relativ leer aber alles andere ist für den eimer so wollen wir weg gehen davon damit wir hier nebenquests starten können goldgräber überprüfen hotel bungalow warte ich guck mal kurz wie weit das mit ja genau ja wir haben hier im endeffekt dort unten die meisten quests mit der hotel ecke du machst das schon ich bin einfach dann hier mitläufer und goji alle hin oder es ist mir Wayne okay dann machen wir was und ich kann zombies killen das ist immer pädagogisch wertvoll sehr pädagogisch wertvoll ja das problem ist die scheiß punkte fehlen wieder wieder aber naja das krieg ich schon hin ach die was die scheiß punkte für punkte naja die auf der karte die werden mir wahrscheinlich immer fehlen mal fehlen 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 klingt gut mal fehlen die 12 ich hab immer noch sie die Deo Bombe ich hab sie immer noch nicht eingesetzt ich brauche unbedingt mal eine Gegner Masse damit sich das auch lohnt hm kannst du manchmal langer worten das ist schon Inventory um meine Ausdauer kosten runter schrauben hm um 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 da fehlen mir leider Lappen und Fahrzeuggas aber naja um um ich kann sie gut ewig gar nicht machen guckst die chick aus oder achso du bist grad beschäftigt hübsch oder ist das nicht gefährlich hm und was ich kurios finde dass er das einstecken kann ohne dass er selber brennt aber das ist ok das ist ähm das ist wahrscheinlich sein Geheimnis wie er das macht tja so jetzt müssen wir auf den Meister Rico warten ich denke mal wie spät haben wir es jetzt da ja gut noch eine viertelstunde geht klar nochmal so übertreiben wie gestern müssen die mit uns sein hm so wie gestern was war denn da da haben wir bis um 12 Uhr um Minecraft gespielt ja so begeistert so 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 Riko Riko ja oh war zum Geier man das merkt ja ja vor allem wie du gerade am rumhüpfen warst wir haben alles schon gemacht, es geht jetzt weiter wo ist denn jetzt hier Jojo? Ah ok, er kommt gelatscht ich bin immer noch dabei da sind wir dabei prima colonia hartmannsdorf was willst du denn mit hartmannsdorf? hab meine gründer ah ok, alles klar winken und lächeln ja genau ich bin irgendwie geschafft verlobts guck mal, eine eine Schnapsflasche wundervoll, und er hat es wieder, der Arsch Schnaps und so viel mehr und so besser ja ich hab 5 5 Flaschen hab ich ich weiß gar nicht wie viel, ich hab 6er, ui ne ich glaub wir brauchen 15 insgesamt ja du brauchst irgendwie bei dem Typen Mosel 15 Flaschen gesandt ich gemetzel wach ist scheiße ich zeig euch meine schöne Fackel, Klammer komm, brenne mit dem Freund ja da brennt genau in dem Moment, wenn ich jetzt hast du ihn gelöscht aber ich glaub die dicken, die brennen irgendwie besser als die kleine das Licht am Fettgehalt das könnte durchaus sein, Fett brennt gut, das stinkt aber wenn es brennt das stinkt ja ja das ist halt Fleisch Fleisch Fleisch? Fleisch? Fett ist kein Fleisch nein, aber ich mein bloß stinkt alles der Arme, ey, der wird hier voll vermöbelt, ey der hat kein Oberkörper mehr, und sein Gesicht liegt neben ihm so ja komm her, ich will dich abmützeln verdammt, ich wollte ich gerade rein schubsen, aber das klappt das nicht ich die 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 ich wäre ich bin ich da ich v da da auch das ist nicht abzulettert auch der Arme ja armes ehemaliges Mensch ehemaliges Mensch zwei Männchen es menschelte es menschelte abgewaltig sollt menscheln auch immer ist der Typ der Alkohol von der Portemonnaie bei ihm dafür ist er mal 62 Stück bisher war so unlokativ für diese Kost weil ich bin auch noch ein paar Flaschen noch mal Geld wie viel Flaschen Schnaps hat mir ich hab keine mehr ich hab auch Geld seine letzte Verballer an den Arsch das war Molotow ja gut dann ich hab den heißer Trink für ihn ich finde das schön wie der am Ende Andi ich will nicht spoilern wir suchen mal weiter Schnapsflaschen oh oh so ich sehe gerade eine Hand hier unten ja 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 das müssen wir alles einsammeln und das ist das Schnaps überall Schnaps doch wenn er hat das ist Schnaps schon mal das im Pool verbrechen das wird lustig hehehe so ein bisschen zu doof tun aufzumachen mein Glück ich weiß nicht mehr ich weiß warum das nicht geht rechte Maustürkert hat die Klicken funktioniert aber die Klöp der Marke lieben rechte Maustürkert das ist hier Waffe werfen ne den Wissen nein nein ich meine wenn ich hier angegriffen wird da kommt es um das funktioniert bei mir nicht das Freikämpfen weil die Kasse war in bleibt denn dieser ich weiß die irgendwie ins Wasser mit vielleicht geht es danach wieder sie geht nicht so hat irgendwer was aufgenommen weil die Hand ist verschwunden ja ich habe eine Schaftflasche gefüllt gut gut jetzt gehen wir zur nächsten Hand stellen müssen hier hoch äh nächste Hand ja ich sehe keine macht dir nicht raus ich weiß ich weiß alles ich bin Moses dann teile dich ich teile mich ja komm, da komm, da komm, da komm, da komm, da komm, da komm wo ist das der Typ das ist der Typ ne warte, ja ne das ist noch eine Schaftflasche ach, die ist ja, die ist innen drin ja, das ist so ein Idiotiv von den von dem Spiel? ja, von den Entwicklern ich wollte immer schwer machen nicht nachgedacht, aber egal oh, oh, oh scheiße, mein Messershot, stimmt hier ist ein Stil geil hm, lass schmecken hm, ich stehe wieder in der Hand ja ja, da haben wir noch einige Hände also, ich mach mal zwei hm, ich hab' da geschafft hm, ich hab' da geschafft ich muss noch hier irgendwie reinkommen ja, da hat jemand Hunger na toll na toll hier legt ein Messerlevel 14 rum hm, 14 bringt mir aber schon nicht mehr ich bin in Level 17, da sind die ganz schön schwach oh, ich hab' ich hab' den Teddy ne, ist recht stark, nämlich naja, das ist die hässliche Teddybär-Aufgabe wie seid ihr hier jetzt reingekommen? reingegangen ich hab' ihn mal angefackelt, das war knapp ja, das stinkt und seht jetzt auch halt wie anders aus wie die anderen die gibt keine einzige Tür, also wie seid ihr hier reingegangen? da ist hier die Türe, die habt ihr aufgemacht achso, er rollt nur außen rum ja, wie schön, ja, okay, alles klar kein Müller, dass er nicht reinkommt ja, Rego, wird sie gut, gell? ich hab' grad deinen Kopf gesehen laufen wir noch ein Stück weiter in die Richtung und dann? weiter, 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 weiter und die Tür links fein! was ist denn hier für ein Ausruhezeichen? was ist denn hier für ein Ausruhezeichen? ich bin dabei, die Fest abzugeben, wo ich oder wo wir den Safe finden müssen achso, ja ja, und dann durfte der große Ausruhe in der Toilette sein ja ich bin dabei 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 natürlich so, mit den Schlüsseln teilen wir das Geld machen wir gut, gut ich bin dabei, er ist schwer zu missen sehr hoch ich bin sicher, dass ich ihn in der Bar sah ich bin dabei ich bin dabei ich bin dabei zurück dann gehen wir mal den Schlüssel suchen ja, den hat der Typ und der ist tot der Typ und der ist tot und der liegt im Klo richtig sehr bitter so, warte mal wieviel Schnapsflaschen habt ihr? Keine 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 braucht noch zwei, ne? wieviel da jetzt sind? ich bin viel Alkoholiker, also zum da ich bin da ich bin viel Alkoholiker, also zum da ich bin da immer der Nase nach, oder was? dann gehen wir mal hinterher, hier zum Typen ich bin da immer der Nase nach, oder was? zu tun zu rum stehen lässt Juhl 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 ich bin irgendwie außer Atem Juhl juhl Ich will immer durch Ich will auch was mitzeln Ich will auch was mitzeln